Ja, und ich kann in der letzten Folge am Ende zu sehen, kann ich mir die Waffe hier nicht nehmen. Leider, die wird wahrscheinlich eine andere Stufe haben. Wie auch die Pistole. Farblich angepasst aneinander. Wie schön, hätte ich gerne. Aber leider geht das wohl nicht. Und ich kann aber dafür, Moment, wo war denn das nochmal? Geh nochmal ins Vorteil. Ich habe sieben Vorteilspunkte und kann jetzt endlich wunderbar. Den vierten Waffenplatz freischalten. Das ist wunderbar. Und? Und das Fernglas immer noch nicht. Ich brauche noch einen Punkt. Dann hole ich mir das Fernglas. Das ist ja... Ich dachte erst, wir müssen das craften, aber ist nicht. Wir brauchen es bloß freischalten und das ist natürlich wunderbar. Okay. Tschüssi. Was soll's. Müssen wir eben damit leben? Achso, Kamina zurückholen. Genau. Wichtig. Wichtig. Helfer-Auswahl. Kann ich mir das schon wiederholen? Ja. Äh. Ich muss das bezahlen? Ich muss das echt bezahlen? 57 Ethanol? Sechsmal irgendwas und neunmal, äh, äh, irgendwas anderes? Das ist ein Witz, oder? Äh. Was zur Hölle? Warum? Ich hab das... Ich mein, das mag... Ich mach das gerne. Keine Frage, aber... Warum muss ich das extra bez... Danke. Warum muss ich das extra bezahlen? Das gibt da gar keinen Sinn. Das ist ja mies. Bewaffnet und bereit. Los geht's. Sehr gut. Boah, ist das mies. Also ich hab... Ich hoffe, ich hab das richtig verstanden gerade. Vielleicht... Ja. Hm. Das ist ja scheiße. Gut, damit... Das ist... Das ärgert mich ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Reparieren? Kann ich das? Ja, mal... Ach, egal. Ne. So, da hinten wollte ich... Ist das das, wo wir hin müssen? Oder wo ich hin wollte noch? Ja, das ist das. Genau. Und dann machen wir uns mal auf den Weg... Zu... Zu Grace. Zu Grace, genau. Die scheinen hier... Im Versteck zu haben. Die Hainis. Wo soll die sonst hergekommen sein? Die standen doch mal vor uns. Das gibt's eigentlich gar nicht. Das war ein bisschen sehr überraschend. Ähm. Haben die hier gemacht? Das ist eine Sprungschanze, oder? Ja. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Hä? Würde ich gerne mal machen. Meine Eltern sprachen immer über etwas, das... Mach ich gleich mal. Das hab ich gleich selbst bei Far Cry 5 nicht gemacht. Bin da, glaub ich, nie über irgendwas rüber gesprungen. Hä? Hier geht's anscheinend. Haha. Wie geil. Eine alte Kanone hier? Nee. So. Einmal zur Karre. Dann mach ich das mal. Hä hä hä. Mal sehen. Ein auf Call Siebers machen hier. Oh, ich muss aber erst mal reparieren. Nee. Kann schon fahren. So, Mädels. So. Mit passender Musik springen wir hier über die Rampe. Mal sehen, ob's funktioniert. Na klar. So. Ob der Anlauf reicht, ich denke, ja. Jihau. Jawohl. Und... Naja. Das ist... Alter. Was war das denn? Geht das nicht ein bisschen schneller? Nee, nee, nee. Du siehst ja. Wir stecken fest. Also es geht... Ach man. Das war ja Vorführeffekt. Ausgerechnet mit einer Frau im Auto. Das wär peinlich. Haha. Guck mal. Wie hab ich das denn gemacht? Oh, ja. Ja, okay. Ich könnte das... Das löschen wir einfach mal aus der... Äh. Aus der Geschichte meiner Person. Alter. Das war ja peinlich. Okay. Äh. Jetzt brauch ich ein Auto. Wir wollten zu... zu Grace. Ach man. Schrauberbude. Das ist das schon? Äh. Das ist doch hier unten Falls End schon. Äh. Ja, wie cool. Wir kommen in unsere alte Heimat. Jaha. Okay. Das Auto kann ich... Kann ich knicken. Ich muss, ähm... Ich geh da mal hin. Oh, Atom. Da steht noch ein Auto. Äh. Oder? Ich weiß er nicht. Warte mal kurz. Ich mach mal einen Wegpunkt. Äh. Nee. Ich doch. Das ist doch schwarz. Was denn da eigentlich? Ah, das ist die alte Schmiede. Das war das, wo wir schon waren, glaube ich. Oder? Waren wir da schon? Ja. Ich glaub, das war da. Okay. Ich muss nach Süd. Südosten. Osten. Und da ist Süden. Also in die Richtung. Die Ausbau. Desto größer werden unsere Chancen, das alles zu überlegen. Ach. Oh Scheiße. Ein Sniper? Was denn noch? Nein. Auch das noch. Mann. Aua. Sag mal. Die lauern uns hier überall auf, die Einis. Was ist denn hier los? Hä? Ich verstehe es nicht. Steht ja mitten auf dem Feld und. Wie sieht uns an? Der ist noch nicht vorbei. Der rennt doch noch hier rum irgendwo. Hab den zwar erwischt kurz, aber nur. Das war nur ein Streifschuss. Glaube ich. Da ist er doch. Nee, ist noch nicht. Oder wo war der das etwa? Nee, 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 nee. Hä? Wo ist denn der hin? Oder haben wir den doch erledigt? Nee, da ist er, oder? Oh. Nein. Nicht schon wieder. Ach Mann. Warum ist der, 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 der ist doch auf uns zugesandt. Ach Mann. Scheiße. Hoffentlich findest du was brauchbares. Na. Ach Mann. Das ist doch scheiße. Das ärgert mich. Kein Witz. Ich hoffe, du bist jetzt für alle Pastor Jerome und Ramon haben die Highwaymen von einem alten Silo aus überfallen. Ich hab ne Weile nichts von ihnen gehört. Ich wette, Jerome könnte einen Kämpfer wie dich gut gebrauchen. Ah, der ist auch noch. Das wäre ja cool, wenn der auch noch am Leben würde. Äh, am Leben würde. Äh, okay, warte mal. Auf der Karte öffnen. Ah, der ist in der Nähe. Der ist in der Nähe. Hier oben ist anscheinend Falls End. Ehemals. Könnte sein. Ah. Das befreie ich, das Ding. Ich befreie Falls End wieder. Kannst du das drauf lassen. Wett. Auf sie war das, okay. So, wo steht jetzt das Auto? Ich brauch das Auto. Äh, rechts von uns, okay. Bleist rechts von uns. Da hinten. Der Schniper? Der Schniper? Haben wir den echt erwischt? Äh, kann schon sein. Aber der liegt hier zwischen den Blumen. Na gut. Ich stand da noch so ein, so ein Pickup rum. Geh mal den mal nehmen. Da ist er. Ne, ist er nicht. Wo ist denn der Pickup? Der stand da ja auch irgendwo. Hallo? Ähm. Wer bist du denn? Hallo? Hi. Ja, du sagst es. Dreimal. Wo ist denn der? Wo ist denn das? Ne, das ist ja nicht. Pickup. Das, den Pickup meine ich nicht. Ich meine einen fahrbaren Pickup. Hier ist noch so ein Motorrad. Könnte man auch nehmen. Ist irgendwie lustiger, glaube ich. Ich, ähm. Okay, ich muss natürlich noch sagen, wohin. Äh, ich fahre erst mal. Erst mal, erst mal hier hin. Genau, dahin. Das ist so cool. Ja, Madame. Gib ihm. Was ist denn das da vorne? Kann ich nicht markern? Hä? Äh, ich... Was? Nein! Scheiße. Das war's schon? Okay. Weiter brauchen wir auch nicht. Denn da vorne ist, glaube ich, Falls End. Ehemals zugeweht, wie es scheint. Äh, wie sieht unsere alte Heimat wieder? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich war hier noch nicht. Also, vor 17 Jahren war ich hier mal. Also, Spielzeit. Na, hallo. Warte mal. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben leider keine. Ah, verdammt, ey. Ich würde gerne... Nee, nee, nee. Ich würde gerne mal entfernen lassen. Ich, ähm... Pfff. Jetzt brauche ich ein Fernglas. Jetzt brauche ich dich echt ein Fernglas. Ob ich mir das erst mal... Warte mal. Wollte ich es mir erst mal erspielen? Ich glaube schon, oder? Aber wo? Das würde jetzt echt viel, viel Sinn machen, wenn ich da runter... Ich würde hier auf die Anhöhe gehen und dann da unten mal reingucken mit dem Fernglas, weil ohne... Ohne könnte es... Hä? Wo denn? Ohne könnte es eventuell... ein bisschen brenzlig werden. Oh. Da kommt was runtergeflogen. Pass mal auf. Der wirft doch was ab. Ah, ja. Juhu. Kommt das genau zu uns? Das war das. Ähm. Ja, wie cool. Mal sehen. Sieht schön cool aus, oder? Ja, für mich. Nur für mich. Loot für mich. Haha. Plündern. Chem sichere das... Den Loot hier. Loot brauchst du nicht. Ethanol 38. Okay. Ähm. War leider kein Vorteilspunkt. Verdammt mich. Äh. Was ist da hinten los? Wie gesagt, Fernglas. Unbedingt vonnöten. Unbedingt. Kann hier nichts erkennen. Scheiße. Gibt es hier noch irgendwas in der Nähe? Ich würde gerne... Was ist denn das? Achso. Ich gehe erstmal zu dem Turm hier. Was soll's? Vielleicht kann ich ja... Warte mal, da ist noch was. Was ist denn das da? Was ist das? Da, das Gelbe. Ich kann leider nicht näher ran zoomen. Was ist das denn? Ah. Was ist das? Okay. Da gehe ich hin. Da komme ich bestimmt her. Das ist alles... Ja, ja. Das... Ich habe nur noch einen neuen Schuss. Warte mal. Hä? Es kam zurück, das Ding. Scheißen drück. Wieder. Hä? Ach, Mann. Hö! Wer kommt hier? Hallo? Achso, das ist ein Ziviler. Boah, ich hätte ihn fast wieder erschossen. Mann. Hä? Totan? Ja, ein Vorteilspunkt. Ja, ja. Genau den wollte ich. Hier waren wir schon. Ja, Fernglas. Die sehen uns nicht. Ein Glück. Ich schaffe das schon. Ja, ich bin da nicht am... Oh, jetzt können wir uns das Ding hier holen. Ich bin's nur. Oh. Ja, komm her. Komm her. Ich lasse mich nicht rumschubsen. Äh. Was war das denn für eine Aktion? Wo wollt ihr denn hinrennen? Hä? Das war ja dämlich, oder? Mal ganz ehrlich. Ich meine nicht, dass wir auch schon so eine... Auch noch nie solche, solche sinnlosen Aktionen gestartet hätten, aber... Wo wollt ihr denn hin? So, okay. Äh. Vorteilspunkt freischalten. Ja. Äh. Ich meine, der Dingens hier. Ja. Ich kann... Ach, wie geil. Y. Genau. So, gleich mal testen. Ach, ist das schön. Ist das schön. Guck mal. Schön. Nee. Hast du nicht. Wie ist der? Ach, ist das geil. Mein Fernglas. Wo ist jetzt der doofe Turm? Wo wollt ihr denn jetzt hin? Ich wollte... Äh. Ich hab keine Ahnung. Wo renne ich hin? Doch, ist richtig. Ich wollte da eigentlich auf die Anhöhe da vorne. Was denn? Was ist da? Was ist da? Die können ja jetzt gucken, was da ist. Oh, die klauen unser Auto. Äh, Quatsch. Unser Auto. Schwachsinn. Komm ich denn da rauf? Doch, stimmt. Ich hatte vor, mit dem Ding hier weiterzufahren. Ich fährt mir gerade ein. Für ein paar Sekunden... Für ein paar Sekunden hatte ich das... Oh, guck mal hier. Oh. Ein Kolibri. Das ist geil. Guck mal. Schön. Mensch, Kamine. Das ist doch genial, oder? Na ganz ehrlich. Hä? Wo ist er hin? Ehrlich jetzt mal. Das ist doch richtig schön. Da ist er. Aber den kann ich jetzt die Blumen nicht klauen. Der ist... Jetzt fliegt er weg. Jetzt kann ich. Schön. Ja wunderbar. Hehe. Wieso, das sind die schönen Dinge, die man nochmal genießen sollte? Der Rübst. Du Schwein. Du Schwein. Die Böse? Sind sie rot markiert? Hm. So, ich bin mal... Ich bleib mal hier unten im... Im Dickicht. Ich höre Mucke. Kommt aber nicht von vorne, oder? Hm. Okay, ich muss... Besseres Plätzchen finden. Das ist noch ein bisschen hier... Sehr unübersichtlich. Ich glaube hier vorne an der... Am Ende der Anhöhe könnte es vielleicht... Gut sein. Oh, rechts ist irgendeine Hütte. Okay, dann gehen wir mal kurz durch, ob da was zu sehen ist. Nee. Momentan nicht. Da hinten. Oh. Warte mal. Okay. Es ist nicht so richtig. Ich hab hier so heute... Alter, guck mal. Flugzeug. Wir haben hier ein Flugzeug umgebaut. Das sieht schon cool aus. Ist das etwa... Ist das etwa das Flugzeug von... Wie hieß er nochmal gleich? Ah, ich hab den Namen vergessen. Der Gute. Der immer einen Sohn haben wollte, aber dann doch eine Tochter bekommen hat. Okay. Gut. Dann würde ich sagen... Wir wagen uns in der nächsten Folge weiter vor. Nachdem wir da dieses Hütchen da entdeckt haben. Erforscht haben vielmehr. Und dann... Ja. Sehen wir was aus. Vorholzend geworden ist. Es sieht von hier oben nicht so wirklich schön aus, wenn es denn Vorholzend ist. Aber ich denke ja. Ich denke ja. Also, bis zum nächsten Mal hier bei Fallout. Quatsch! Nein! Na, äh, bei, ähm, äh, äh, Far Cry New Dawn. So heißt das Spielchen. Okay. Bis dann. Ciao!